Wie es bei uns zu Hause in der Küche zugeht? Wahrscheinlich so wie in den meisten österreichischen Küchen. Wir haben immer frisches Gemüse im Kühlschrank, dank der blauen Zone. Wir achten darauf, regionale Produkte zu verwenden. Vielseitig und gesund, gedämpft aus dem Ofen soll es sein. Das passt für mich in eine typisch österreichische Küche. So wie Elektra Bregenz.